Oh, drei, vier, mach fünf. Digga, was? Okay, die sind... Oh, okay. Guck mal jetzt. Kann auch sechs machen. Yo, sechs Tapes. Hä, das war... Warte, was? Sechs Tapes? Wo es gar nicht anders geht? Zwölf Spins und relativ nah beieinander. Warte mal, warte mal, warte mal. Sechs Tapes? Okay, ich habe Turbo Spin ausgemacht. Komm, dann mach mal jetzt... Was draus, Alter, Habibi. Guck mal, hier unten sind sie schon sehr nah beieinander. Komm, jetzt mach auch was draus. Sechs Tapes? Noch nie gesehen. Mach was draus, bitte. Da gibt es halt keine Mün... Hier, die 50er Münze. Mal drei, mal drei, mal... Oh, das... Oh, oh, bitte. Connecte. Ey, es wird eng, es wird eng. Mann, Connecte. Mehr Spins. Ah! Hier eine rein ist, Max, oder? Gefühlt. Hier ein Tape rein. Äh, ein... Digga, was ist das für ein Scam? Sechs Tapes! Ah! Oh, meh, what the fuck? Damn, was war das? Für ein Scam. Ja, es hat wieder aufgehört zu regnen draußen. Sehr schön. Okay, jetzt Multi auf alles. Komm, Multi. Gehör, ein Multi, jawohl, Dick. 20! Nice! Okay, 400 Dicks. Da jetzt nochmal ein Multi drauf. Nice. Da nochmal ein 20er Multi. Imagine. Oh! Komm, mach hier nochmal ein Multi. Ah, bitte! Bitte, das wär's direkt. Multi! Ah, aber okay. Zwei dabei, gut. 500 X, 600 X, irgendwie sowas. Sehr schön. Ja, 500. Nice. Sehr schön, 553 X. Oh, da nochmal ein Multi, Alter. Das wär's gewesen, Alter. Da nochmal ein Multi drauf.